Kohlmann geht bei der Entwicklung des Schallenmodells von der allgemeinen Entwicklung zur Informationsgesellschaft aus, deren Ursachen die stetigen Innovationen aus dem Bereich der Informationstechnik sind. Umgesetzt werden diese neuen Techniken mit innovativen Informationstechnologien wie zum Beispiel Internet, Mobilfunk und interaktives Fernsehen. Digitale Informationen und ihre Verbreitung über Datennetze führen zum Wandel von der Industrie zur Wissensgesellschaft. Das Zentrum der Informationsökonomie ist die Net-Economy, welche Informationen und Kommunikation dazu nutzt, um die Plattformen e-Community und e-Company und zusammen mit Transaktionen die Plattformen e-Procurement, e-Shop und e-Marketplace auszubilden. Das gemeinsame Merkmal der Plattformen ist der direkte oder indirekte Austausch von Daten über elektronische Geschäftsprozesse.